So, na gut. Wir wissen ja, wo wir damit hin müssen. Nämlich zu diesem Gittertor, was wir da schon gesehen haben. Wo ich gar nicht probiert habe, ob sie überhaupt aufgeht. Hier ist ja schon wieder einer, oder? Ich höre ihn doch. Da ist er. Und schön von hinten. Zack. Jawohl. Ratte. Trotzdem lieber nochmal abbrennen. Ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst. Besser, sicher, sicher. Ich habe es nicht umsonst geskillt, dass ich viele Streichhölzer mitnehmen kann. Gut, das war das Blending. War jetzt so nicht geplant. Explosion ist halt auch immer so eine Sache, ne? Wenn man da zu nah dran steht. Und du kannst hier gar nicht wirklich durchrennen. Weil wenn hier doch jetzt wieder so ein unsichtbarer Fatzke rumrennt, den kriegst du ja gar nicht mit, wenn du hier so rennst. So, genau. Hier müssen wir wahrscheinlich die Schlüsselkarte einführen. So, gehen wir mal eine Runde duschen, wa? Musik lässt nach. Nimm's doch mit. Ein Spiegel wäre mal wünschenswert. Tja, und das ist der kleine Spacko. Das ist ja alles vermutlich zu verantworten hat. Ich weiß es ja noch nicht, aber immer wo er auftaucht, da ist die Kacke richtig am Dampfen. Ah, wie viel Schuss haben wir denn? Fünf, nicht mal ein Magazin, ey. Ich behalte mal die Pumpe. Oder? Für die Unsichtbaren ist die Harpune echt nicht schlecht. Äh, die Harpune, die Armbrust. Ich will mal bloß kurz was gucken. Die konnten wir doch auch selber craften. Genau, hier. Genau, die Bolzen. Man kann nämlich anhand von, von Waffen, äh, von Waffen, von Fallen, die so rumstehen. Zum Beispiel diese Sprengfallen, die kann man entschärfen. Oder auch Bärenfallen, die kann man, äh, aktivieren. Ohne, dass man vorher reinhört, im besten Fall. Und da kriegt man halt diese Schrottteile da, sozusagen. Und kann man sich halt jetzt die Bolzen hier selber zusammen basteln. Ähm. Ja, für die Typen. Ja, Schockbolzen ist eigentlich nicht schlecht. Machen wir mal zwei. Blendbolzen auch. Harpunbolzen zieht halt nur was ab, ne. Das bringt halt nicht so viel. Ja, ich behalte es mal so. Weil wir den normalen Gegner, die wir sehen, da können wir ja dann durchaus auch unseren normalen Waffen nehmen. Ist ja dann kein Problem. What? Oh, nein. Ich soll doch da jetzt nicht durchgucken, Leute. Ihr seid doch irre. Ach Gott, wie ich sowas liebe. Okay. Ah, ey, ich schwitze gerade, ne. Das letzte Mal, wo ich so geschwitzt habe bei einem Horrorspiel, war bei Slander Rearvival. Ich hatte schon Hoffnung, dass jetzt hier ein Spiegel ist, wegen der Musik. Jetzt liegt er jetzt gerade wie bei P.T. hier. Das ist doch eins zu eins das Soundpfeil, ey. Sonnenblume oder keine Ahnung. Ah, scheiße, wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Und das setzt halt wirklich ordentlich auf Egel Faktor. Ihr merkt das ja jetzt schon. Ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt richtig... ...richtig gemacht habe. Alter Schwede, ist das schlimm. Na gut, gucken wir mal ans nächste Löchlein. Es tut mir leid, dass ich wieder keine Facecam habe. Wie gesagt, es bietet sich ja leider nicht so richtig an bei der Konsole. Es funktioniert leider nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Ich würde es gerne machen. Ja, mal was. Notizen aus unterirdischem Labor. Er lügt, er lügt seinen Sohn an, sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort, dieser Heuchler, dieses scheinheilige Schwachkopf. Ich kann die Wahrheit, ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder mal bestrafen. Dann hat er uns unsere Vertrauenheit über übel genommen. Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Hält er mich für so blöd. Laura ist nicht tot. So, dann müssen wir jetzt wieder gleich ein Knöppes drücken. Ich frage mich bloß, woran erkennen wir, welcher der richtige ist. Ich habe ja auch keine Ahnung, ob der vor uns der richtige war. Kreuzzahnräder oder Dreieckzahnräder? Dort ist das Dreieckzahnrad. Nehmen wir mal das. Ah, guck mal, hier unten sind ja auch überall Löcher. Wahrscheinlich, wenn wir das Falsche nehmen, dann sind wir halt dran. Die Tote-Sequenz erinnert übrigens sehr stark an Dead Space. So, mit Arm ab und dann Kopf ab und solche Scherze. Okay, es verläuft alles in eine Richtung. Ein Loch haben wir noch. Und es gibt auch erstaunlich, oder was heißt erstaunlich, erfreulich wenig Scarejumps. Also, heißt nicht, dass ich kein Freund davon bin, aber es ist, also bisher waren so, es waren, ja, eigentlich zwei Momente, wo mal ein Scarejump war, wo ich mich auch erschrocken habe. Ansonsten versucht es halt viel wirklich über die Atmosphäre einzufangen, was ich sehr begrüße. Da haben wir ein Tonband. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome? Stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweihteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind, ist die Grafik. Also ich finde es jetzt nicht so prickelnd, ne? Also es ist keineswegs hässlich, das kann man jetzt nicht sagen. Aber es ist halt, na klar, es ist düster, viel düster. Aber jetzt auch so, wenn man sich halt mal die, die Texturen teilweise draußen in den ersten Kapiteln auch anguckt. Es ist jetzt nicht over the top. Also das haben wir schon schöner gesehen. Deswegen frage ich mich auch, warum das Ding so enorme PC-Hardware-Anforderungen hat. Also ich, hätte ich es auf dem PC spielen wollen, ich hätte es nicht spielen können, weil ich einfach die Anforderungen nicht erfülle. Die Mindestanforderungen. Deswegen bin ich froh, dass ich eine neue Konsole habe. So, was haben wir hier für Knöppnisse? Eine Zelle, und was ist das? Auch eine Zelle mit einem kleinen Fortsatz dran, so wie es aussieht. Da haben wir es. Okay, also der rechte Knöpp ist es diesmal. Gut. Jawohl, sehr schön. Ey, da hat man ja beim ersten, bei dem ersten Knopf Glück gehabt. Da habe ich ja einfach so ins Grüne geklickt. Oder ins Blaue, besser gesagt, nicht ins Grüne. So. Mehr Türen haben wir nicht. Alter Schwede, ey. Alter Schwede, ey. Weil die würde ich gerne mal in meinen Safe holen. Ich habe einen Haufen Gel. Ja, jetzt habe ich gleich noch mehr Gel. Alter, das ist ja ein Riesenbottich. Tausend. Aber Ruhe ist ja ein Riesenbottich. Nur, Çok schön. Und das ist ja so. Und jetzt zur Worte.